Hallo, mein Name ist Maximilian Schäfer. Ich komme aus dem THW-Ortsverband Großer Merode. Ich engagiere mich ehrenamtlich im THW in der Jugendarbeit und in der Einsatzabteilung bei uns in Großer Merode. Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem die Betreuung der Jugendlichen und die Ausbildung der Jugendlichen und die Organisation der Ausbildungsdienste. Vielen Dank.